wir begrüßen euch alle zur nächsten folge auf der abg schwarze bombe es war ein feucht fröhliches wochenende für die meisten von uns geburtstags feiern und ja gut alles mögliche und wetter von oben hat ja auch etwas runter geschmissen das war auch von oben feucht heute ist mit dabei teiler sie bauerscht matze und ich und wir wollen mal loslegen wenn uns das wetter hier auf der season mode nicht so sehr ärgert da muss er was hallo hier ist der boden fast raus wir können loslegen wo endlich wieder arbeiten wer hat sich daraus gedacht weiß ich auch nicht wir tun nur so wir tun nur so so eine freie flamme ach ja tiger ja ich habe nicht so viel dass jetzt der gras im gras versteckt ist ja nach unserer großen wald aktion jetzt endlich mal wieder ein bisschen krass einsammeln hey klasse ich habe wenigstens sagt hier mal was dann kann man nicht kannst du nicht zu mähen dass die der zweite schwarze genau auf der alten schwarze liegt und nachher mit ihnen mal aufnehmen oder das funktioniert das nicht das ist wahrscheinlich sportlich so genau treffen wie die aufnahme breite von ladewagen ist das so ein bisschen überarbeitet das ganz kleine differenzen bei dem kleinen auch ach nee 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 beim plänen nicht das war bloß beim großen ich könnte fast schon genau treffen tiger weil sie schwart ist so breit so ist so herliegen bleibt seit vertigen das war ja jetzt ok dann zu fortarbeiten einstellen naja gerade das andere stellen würde ich schon wieder ein ich würde gerade sagen ach nee hier ist ja auch jetzt will ich schon zu den verkaufsbüchern fahren nee 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 warte mal kriegen ach das geht ja überhaupt nicht in der sicht fahren geht überhaupt nicht geht tot ja man merkt wir haben fast eine zeit lang nicht mehr aufgenommen schon dass man irgendwo entfernen muss meinst du na ich schaffe dann mal den grubber zurück auf dem hof und komme dann mit einem ladewagen noch bei euch vorbei wäre sinnvoll ja zumindest gibt es aus was kommt man braucht immer so eine folge wo man sich erst mal wieder orientieren muss ja wo man die papier eigentlich in und auswendig können muss die schwarze ich komplett jetzt daneben aber was du weißt du was das ist du lass das alte einfach jetzt die ich so nicht lassen also die schwarze ist so klein geworden ich glaube nicht wenn das zu lange liegen bleibt ich glaube dann ist es auch wieder einbußen also ich bin jetzt eigentlich genau da drauf gekommen also du hast riesen schwarze hast du das ist auch von außen zu genau daneben gefahren bist nein ich bin genau drüber ich bin sicherlich fahrts einmal runter und sammeln lassen könnte nur passieren dass es nach den kleinen ladewagen aufguckt die schwarze hochwert hatte ich ja auch schon mal aber tiger fährt ja mit seinen mb trakt der außer bettel du wotest dich die großen reifen auf da geht das schon jetzt habe ich bloß die kleinen reifen drauf aha das ist mir doch scheiße glaubt mir das land nicht gehört was ich finde der der ruhe fährt das vergleich sehen wir da oben angekommen ist wie dick die ist die schwarze bitte so einigen stellen sammelt der nicht auf weil er mir sagt ich habe kein zugriff zu dem land da ist das die grenze zum auto haben jetzt vielleicht ein bisschen mehr damit erwähnen muss wir haben ja irgendwann das feld 22 hier oben haben wir noch nie geschafft uns zu holen dann nehmen wir uns das halbvorte aufnahmen hier in der serie mal vor dann müssen wir den bieten lassen und die selben feld auch also hier wirst du einige traktoren wieder haben die dann an der steigung verrecken werden so was haben wir dann noch vor dem trecker im hof stehen hier haben wir denn noch einen weiten luftladen wir haben nur das kontrück equipment ich krieg mir ich krieg mir ich krieg mir doch ich habe ich stehen gleich habe ich da ich habe ich habe doch gesagt nein klappt mir doch einfach wie gesagt dass die schwarze die den fast wie weise aus siehst du ich bin locker drüber gekommen ich habe irgendwie im season irgendwie die 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 schwarzkrust verändern hat aber du siehst ja aber du hast ja gesehen dass was zuletzt mal gemäht das müssen müsste ja ungefähr diese breite gehabt haben und du hast ja gesehen so länger dass auch ein feld geblieben geblieben ist dann ist das immer weniger geworden also ich denke man die haben da eher das ist das nachher von wies hätte ich mal gesagt dass du kannst andere frage was von der farbe hatten jetzt das war was er mehr es ist ganz normales graus ist ganz normales graus sein hat keine große also ist grün also es stinkt noch mal das graus das andere was letztes mal gesammelt hatten das war heller gewesen definitiv also das war definitiv also ist das ja nasses graus auf deutsch gesagt mit über 20 prozent restfeuchte jetzt war ein lecker jetzt hat es mich ja klein graben gehauen jetzt ist daran die gelegenheit die kettensäge aus kultur wäre möglich also das gras hat eine feuchte von zehn prozent ok denn prozent dann müsste es eigentlich hellgrün sein wenn beim mähen wieder einen das in dem video erklärt hatte es ist aber normal grün also es ist krass wenn ich einsammel habe ich raus drin also ja was aber was wir letzten mal da gemäht hatten das ja richtig hell gewesen hatte denke ich mir das war auf jeden fall schon neu gewesen oder so keine ahnung da steigst du nicht durch die scheiße oder was auch cool sie gerade bei mir ein bisschen was ist das hier finden sie fps gehen auch ganz schön rum I do. Das ist alles. So, jetzt suchen wir mal, wo ihr steckt. Ja, hochkommen wirst du vielleicht noch zu arbeiten, wirst du wahrscheinlich nicht mehr. Nicht mehr in dieser Folge. Ich bin doch schon ganz in eurer Nähe. So, jetzt muss ich gucken, was ist denn jetzt? Noch mal rechts, links. Also Tiger, ich will ja nichts sagen, aber ich habe jetzt hier Heu. Das ist ganz hell. Wenn es hell ist, dann ist das bei 120 Prozent, ist das das Helle. Also wenn ich einsammel, ist es definitiv Gras, weil ich lade auch Gras ab. Ja, ja, du musst es jetzt einen Tag trocknen lassen und dann hast du erst Heu draus. Du musst das immer wenden. Ja, das ist mir schon klar, aber als wir das letzte Mal Gras gemacht hatten, da war es schon hellgrün, als es noch auf der Wiese lag. Ich komme jetzt gerade mit dem Schwarz-Hellgrün hoch. Was siehst du sofort den Unterschied? Hier zeigt es an, 19 Prozent Feuchtigkeit. Das ist wahrscheinlich über ein bisschen unterschiedlich wahrscheinlich. Weil hier unten ist es tief tief Gras. Ja, das wird auch noch als Gras gewertet, weil wir müssen es, um heute rauszukriegen, müssten wir es ja erst mal noch wenden und so. Ich meine, du wirst die Schwarz-Hellgrün daneben. Ja, wie gesagt, da wird jetzt mal nicht drauf geachtet, weil es so hellgrün wird. Ich will immer drüber achten. Da kann ja auch sein, wenn es zu trocken ist, weil es da trotzdem ja gleich Heu ist, weil wenn die Wiese zu trocken ist, kannst du ja kein Gras mähen, dann ist es ja trotzdem. Ja, was ist denn los hier? Wieso? So, das soll es für heute aber erst mal gewesen sein. Schreibt eure Erfahrungen mit dem Gras, Heu und Restfeuchte und sonst was in den Kommentaren rein. Schaut beim nächsten Mal zu, wie es weitergeht und danke fürs Zuschauen. Tschö. Tschö. Tschö.